Guten Morgen und herzlich willkommen an der Minnet-Metropole heute zu euch. Der Sitz hat bei der Mewag einen einzelnen Mercedes-Benz-Benz-Handler am Süden und ich den Autofürde für euch das Highlight vom Autofestival an euch im Showrun zu präsentieren. Los ihr euch auch nicht viel Zeit verlieren, ich weiß nicht, dass ihr direkt den nächsten Highlight nehmt euch eurer funkelneue S-Class an ihrer S-Class Eck an ihrer funkelneue Anthrazit-Blo. Ein weiterer Highlight heute zu euch bei euch im Showrun für das Tour als Schieß-Mercedes. Schieß-Mercedes als spezielle Fundamler für eine Feminin-Klientel. Hier haben wir auch taglos an ihrer funkelneue Farbe rosa-gold ausgestaltet, wo zudem auch die Sport-Edition wird, wo zum Beispiel den Bestandteil der Angelina ist. Spass im Vorhinein und noch Spass an unserem Showrun, kommen entdeckt unser Game-Corner, wo unser Zähler von anderen Schüttemberg angeht, ausgestaltet ist an der Gila-Fahrt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Adi und bis zum nächsten Mal bei der Mewag zu euch. Bis zum nächsten Mal bei der Mewag zu euch.